Guten Tag meine Damen und Herren! Wir sind heute zu Gast bei der Firma Caretech in Hüllhorst, um Ihnen das INDREA Pflege- und Ausstehbett vorzustellen. Durch das Drücken einer Taste werden im Sitzen die Beine angehoben. Das Drehen in die Liegerichtung erfolgt in einer bequemen Lage. Alle Positionen werden durch einen Knopfdruck ausgelöst. Durch das Drücken einer Taste wird in der Liegerichtung die Liegefläche schräg gestellt. Der Rücken wird angehoben und die Beine leicht angewinkelt. Ein angenehmer Winkel für das Liegen und Sitzen in Bettrichtung entsteht. Man kann entlastet tief atmen. Der Sauerstoffgehalt im Blut kann wieder ansteigen. Der Patient empfängt seinen Besuch in Augenhöhe. Er muss nicht nach oben schauen, um sich zu unterhalten. Der Patient genießt die direkte Sicht zum Fernseher, ohne sich den Kopf zu verdrehen. der Kogelbäu. Er wird nicht nach oben verruhen. Der Patient erwartete sich den Kopf zu überstellen. Die Kogelbäu für die Regel ist, um sich zu verabschieden. Das handelt wird auf einen Blick, bei der Kogelbäu für die Kogelbäu für die vor der innen Sponser von der Kogelbäu. Er kommt darauf an. Die Kogelbäu für die Kogelbäu. Er liegt in der Waageantrieb moment, der Herrälle zu machen. Er ist nicht bei der Kogelbäu für die Kogelbäu nicht in die Kogelbäu. Er ist bei der Kogelbäu für die Kogelbäu. Der Patient wird morgens für die Pflege in Arbeitshöhe gefahren. Der Patient fährt in die Sitzposition, um nach längerem Liegen sein Gleichgewichtsorgan zu stabilisieren. Der Patient steht kraftfrei auf und kann sich am Aufstehgriff stabilisieren. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020